probieren aufklären ja komm mal machen Utah Beach da war ich auch noch nicht oh jetzt ist die Map an der Stelle ist ja aber cool also du willst aufklären machst du ein Squad ja ich hab eins ja genau ja ich will da rein hier bin er weiter der Eichwahl rein okay nicht so für eine Rolle ich will Sniper nein du Bastard ich will snipen wir können nachher tauschen jetzt lassen wir in der Mitte spawnen und dann holen wir uns einen Panzer und dann fahren wir mit dem Panzer weg zwei Panzer wir können einen leichten Panzer mitnehmen ey das ist botter oder spottet ich schau so ein bisschen was ich machen kann so boah bitte kann ich ganz hoch das wär so cool ne ich kann hier natürlich nicht ganz hoch aber ich kann hier hin ich bin auf all der Höhe oh nicht so gar nicht oh doch was oh shit oh mein Gott direkt vor der Kirche ist einer ja der ist vorne am Eingang ähm komm sag mal wenn er reingeht ja ich kanns nicht ich bin tot links rechts hab ihn ja gut ich muss in der Garnison hinter dir spawnen und dann laufen wir einfach frontal weiter ich hab den zweimal gedrückt aber den einen hab ich getötet dann hab ich einen Hatter gegeben ne ne one shot ja wenn du triffst ja den einen hab ich einen Hatter gegeben da waren noch zwei Andauer aber wir sind eigentlich gut abgesichert vor allem links ist auch was ist ein anderes Quad ja ja und ich spawne die haben mich gespawntet echt wir haben keinen Commander ja ist der tot? hab ich den gerade getötet? oh ich weiß wo es one von denen ist hab ich jetzt zwei Leute getötet? ne 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 da war noch einer was bist du denn für einer? da war ein zu kaputter Panzer da ist das das Ballblut von denen nicht 400 Meter entfernt da den Bunker ist einer da läuft einer komm mal her achso oh nice nice hier lebt noch einer da lebt noch einer siehst du das? ne ja gut ich kann nicht ich kann nicht wirklich helfen wenn du nicht an der gleichen Position bist oder einer ähnlichen ja dann komm mal zu mir hier ist ein ziemlich guter Spot du kannst dahinten siehst du da hinten die welche? an der Mauer? ah ja da ja hast du den? ja ich glaube ich habe gerade sechs Leute weggeschossen ich glaube snipen ist genau mein Ding oder das mal einer ja wenn du auf die andere Seite des Busches kommst dann kannst du auch auf die Sachen wirken die ich sehe ja aber hier ist ein ziemlich guter Spot da ist was ich move mal zu dir rüber da ist noch einer okay leck mich doch der Bastard ich muss jetzt zu dir rüberkriechen hier Kollege alter nein ich stehe kurz auf ja pass ich komme auf jeden Fall nicht zu dir ey ich verbinde dich ach so ich habe schon Dankeschön ich habe schon Dankeschön das ist irgend so ein MG das ist irgend so ein MG was richtig abfuckt die laufen da vorn auch durch Zug ja so wo da kommen also die kommen gerade auch durch Zug runter falsch tasten durch die ganze oh da ist ein MG falls du den weg machen kannst wäre super ja er ist tot na fuck das wollte ich gar nicht da an der Wand schleicht einer schlecht zwei in dem Gebäude ja bei dem Baum ist einer oh nein da war direkt einer an der Grenze die sind super schwer gegen die MG das wird die wollen jetzt wieder rechts pushen Marcel die wollen hier rechts durchbrechen Leute wo rechts beim rechten Busch da da beim Baum Marcel ah ich bin down ich habe nichts die wollen wir da durch da hier kann was oh wir müssen hier eigentlich umlaufen ja gut aber halt einfach die Position ich glaube das ist gerade so besser was wir da machen können ja bei uns da ist ja einiges was da auf die zukommt auf die Gegner die können aber die vor allem die können nichts machen also ich halte gerade oh mein Gott die haben unseren Punkt weggemacht nein dort spawn weil Feinde sind war nicht da Parsi du musst äh hinter dir kannst du auch mal schauen das ist auch einiges anscheinend hier blockierst mal Infantry Marker oh ja aber ich sehe nichts davon da soll es richtig heiß sein sagt der Commander gerade oder was ne es gibt kein Commander ich glaube ich wurde mal entdeckt du kannst es wie gesagt es gibt Schiff ja aber das hält es nicht so ruhig wie ich es gern hätte ich bin grad gleich bei den aber ich werde nicht auf die andere Seite kommen Und hinter dir wird nicht auf dich geschossen, oder? Ne, aber die laufen grad von der Brücke, also die gehen grad die Hauptstraße hoch. Wo ist denn diese Brücke, ist die da? Die ist nur da vorne. Die gehen grad die Hauptstraße hoch, das bedeutet wohin? Nach Westen oder nach Osten? Äh, Westen. Ne, Osten, sorry, Osten. Ich weiß nicht, irgendwo, ich kann da hinkommen, aber da gibt's immer ne Brücke und darüber latschen sie grad rüber. Ja, ich bin jetzt im gleichen Wirkungsbereich wie du, also kann ich mir auch ein bisschen was anschauen. Da, bei dem Zollhäuschen. Ist actually gar nichts. Da, bei dem Zollhäuschen da vorne. Ah ja, da, da liegt einer, Passi, da liegt der MG-Schütze. Siehst du's? Da auf dem Punkt. Hab ich den? Ne, der bewegt sich noch, er verschiebt sich. Da ist einer, der rumsteht. Siehst du ihn? Warte kurz. Da. Jetzt läuft er grad an der Brücke. Ähm. Hast du den, hast du irgendeinen gekriegt? Ne. Der MG-Schütze ist wieder zurück, da. Wo? Habe ich da? Ich lebe mich. Da. In meinem Winkel, der Panzer ist da noch dazwischen. Okay, aber hier darfst du einer entlang. Da laufen einige lang. Da ist ein MG-Schütze, falls du's siehst. Du meinst beim Zollhäuschen? Er ist wieder weg. Er ist wieder weg, da. Da ist, da. Oh ne, er ist das Problem, dass wir zum Panzersperren dazwischen. Ja. Der bewegt sich, der die ganze Zeit hin und her, der eine Typ. Ist der hinter dem Zaun? Ah, ich seh ihn. Ich seh ihn. Da läuft Werner lang. Oder hier ist einer wieder. Jetzt auch wo der dumm hin und der läuft. Ist auch wo ich wieder tot. Ne, er lebt noch. Da kommt wieder einer auf die... Der Hügel ist wieder auf den Hügel. Da ist wieder einer auf den Hügel. Der steht da richtig dumm. Oh, das Problem ist... Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich wird angehettet. Huf, der kam keiner rübergerannt über die Panzersperren sollte. Zum Beispiel. Ja, ich glaub, die können grad nicht pushen. Ich hoffe, dann sind sie ziemlich gut festgeleitet. Wir haben ein Panzer. Oh, wir hatten immer mehr Leute, ne? Ja. Komm mal nach links. Ja, aber es sind nicht viele Leute. Vorhin war das viel viel mehr. Oh, fuck. Jetzt werd ich von... Wird angesnipet. Ich kann... Ich... Ich würde gerne rüber pushen an sich. Dann... Dann kriech doch hier hinten was. Guck, da kannst du doch kriechen. Ich kann drüber kriechen, aber das dauert halt Ewigkeiten und ich glaub ich wird weggeholt. Ich krieg jetzt einfach rüber. Oh, mach das. Oh, da muss ich nachladen. Meine Herren. Was? Hätt's euch mal gesehen, wie der Typ hingefallen ist. Nice. Der auch... Der Einglass ist schon nicht schlecht. Was ist das? Das ist das Köpfchen da? Ach, von hier kann ich jetzt echt nichts mehr sehen. Ach, so gefällt mir das, Marcel. So kann meine KD bleiben. Das sind... 29 Abschüsse. Vor allem sind ja uns keine Abschüsse, oder, Marcel? Mhm. Nur deine. Ach, stimmt. Habt mir vorhin schon. Beim... Oh, fuck. Haben sie dich? Jo, aber ich hab grad vorher noch einen Außenposten gestellt, also... Wo denn? Ja, bei mir da vorne. Ach, du bist da vorne, okay. Boah, die flankieren uns halt gerade, das ist halt das Ding. Boah, die flankieren uns halt gerade, das ist halt das Ding. Wir könnten uns reindrücklich auch zurückziehen. Oh, ich bin tot. 30 Kills müsste ich jetzt haben, oder Abschüsse. 31. Wir könnten uns zurückziehen, Parsi. Okay, aber meint, jetzt bin ich nur gespawned. Ja, ich bin tot. Ich bin auch hin, sind tot. Fucking Spawn-Killer. Na gut, hab ich auch gemacht. Ich weiß, wer ein Sniper ist. Hm? Ich weiß, wer ein Sniper ist. Okay. Kann ich nicht, da ist ein Small Kids vorne dran. Ja, da weiß ich aber, wo er ist, ungefähr. Der ist ganz rechts am Gebüsch. Auf der anderen Seite. Da ist auch einer. Hast du den? Hm, hm. Oh, ich hab den getroffen. Ja, zumindest... Oh, da hinten ist wieder ein Panzer, ne? Ich kann mich nicht versuchten. Ich kann mich nicht versuchten. Das ist halt zu besmauglich sehr halt nix. Versuch nochmal vorzuprischen. Da schießt du sogar. Oh da, warte mal. Hast du den? Ne, ich hab mein Magazin, weil er... Ich glaub, ich hab ihn. Ich glaub, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn, glaub ich, ja. Jetzt hab ich diesen Headshot-Klang gehört. Da ist einer. What? Was? Hast du ihn? Ja. Sehr schön. Der steht ja auch total bescheuert da. Ja, in der Pack halt, ne? Ne. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der ist noch einer, der zeigt sich grad nicht. Ach! Ach das ist... Oh, das ist gar kein Stein. Das ist ne Pack! Oh, Loll! Da ist einer am Gebüschwand! Siehst du ihn? Ja, ja. Aber das ist ja schlecht! Ah ne, das war er an der Pack. Da, zwei in der Pack. Zwei in der Pack. An der Pack sind wir. Dank u. Der ist noch nicht. Dank u. Planate! Volle Deckung! Da kommt einer direkt auf den Rhein Ist der bei der Puck tot? Schau gleich Achtung, dass jemand an der Puck... An der Puck ist einer drin, ja Zwei, beide noch dran Vorsicht Alter, es fängt ja an mit nem Energie bei mir zu schießen Noch näher kann er auch nicht ne Signal-Wackel auf seinen Kopf machen, oder? Pusche ein bisschen nach vorne, finde ich vielleicht nen besseren Winkel Die kann keine Waffe mehr, aber warte! Das sag ich doch die ganze Zeit Der bleibt nicht da Ja, ich versuche mal ne Granate Nee, kannst du nicht so weit werfen? Nee, kann ich eben nicht Ich glaub wir sind tot, oder? Kann gut sein, ja Also da ist zumindest ein Squad auf der anderen Seite des Gebüschs Ne ist nicht Das sieht nur so aus anscheinend Aber wo er da auf dem Gebüsch ist An der Puck ist auf jeden Fall noch einer Wenn du unten... Du kannst halt... Das auf... Jetzt können ihm die... Oh, ich hab ihn getroffen, ich hab ihm die Füße getroffen Nice Ich glaub die Puck ist... Da kommt noch einer Ja hinten dran, ja man Da ist einer Ne, der bewegt's nach links, okay Da ist wieder einer in der Puck Da ist wieder einer in der Puck Naja, rennt weg Ne, 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 ne Oh, ich hab keine Muni mehr, überhaupt nicht Oh, ich hab noch ein bisschen... Ja, dann frag du mal Hier bei mir sind wahnsinnige Leute maßen Wie gesagt, ja gut, aber ich kann... ich... Da pack's auf jeden Fall noch einer Ja, der hat mich ungefähr 200 Meter weggeschossen Nein Zwei Bei D4 sind auch 20 Leute Ja Alter, wie viele Leute grad angekommen Ich hab gar nichts auf den Schuss, glaub ich, um die alle zu töten Siehst du den? Ich seh da ganz viele Ich seh da ganz viele Aber die sind auf dem Maße, die sind auf der 300 Meter entfernt 200 Meter Ja, getroffen Ich kann die... wenn wir da stillstehen, kann ich die auf ihn austreffen Ja Da ist einer, der gleich stehen bleibt Der steht Au Au Irgendwo Ein Panzer Au, okay Aber siehst du den hier? Siehst du da... Der, der zieht... Der zieht... Hier ist einer, direkt an der Mauer Direkt an der Mauer Ich muss mich erst mal nachbinden sind Der Panzer... Der pusht, er pusht Bei mir jetzt wird er aufs Vorderbieter sein Wer siehst du denn? Achso, da Ja, ist tot Boah, da hinten an der Mauer ist total lustig Nee Ich kann die da hinten echt treffen, wenn ich ein bisschen höher ziehen Was lustig ist, dann kommen gleich Sunny's wieder auf Und ich lasse sie gleich wieder weg Ich gebe nur einen Kill, wenn der wirklich tot ist Da ist einer Oh nice, da kommt jetzt ein Flieger am Griff Wie der Commander gesagt hat Ich glaube, da ist ein Kamerator Ich bin tot Ich bin tot Alter, was... Wenn... Aufklärer mache ich auf jeden Fall nicht normal Da ist auf jeden Fall noch einer, der lebt Ja, ich weiß nicht Ich treffe dich ja nicht Das ist der MG Schütze Jetzt schießt er, siehst du ihn? Er ist noch am Leben Muss ich höher oder unter schießen? Ich seh's nicht Aber ich würde Er fehlen eigentlich genau drauf Höher, ein Stückchen höher Ich komm, ich schieße die ganze Zeit vorne und habe mir die Leiche Nee, du schießt ein bisschen unten drunter Das ist halt total verpixelt in der Wacken Jetzt, jetzt sind nur noch er da Ein Stückchen höher und du hättest ihn gehabt Sag mal, das gibt's doch nicht Headshot Oh, nach der 10. Schuss oder so Ich hab's gehört Auf die Entfernung, da rennt einer Oh, ich bin von der Seite What? Welche Seite? Von rechts an da, wo er die ganze Zeit hinschießt Der war viel näher, Marci Ja, trotzdem, von rechts Ja Aus der Richtung, wo er die ganze Zeit hinschießt Der hat sich super nah angehört Ja Nice Richtig geile Runde Guck mal, wie viel ich jetzt tatsächlich hab 60 Abschüsse in Marci Gigi 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 Ja, wir sind halt Platz 2, ne? Wie viel Platz 2, ne? Hm? Ihr sind Platz 2 Schön Erst werde ich erstmal gr avoided, mal gucken wir gut Monte ich schafft Defense 2700 Ja Deuton, Offense 220 cheid Untertitelung des ZDF, 2020